Ja, Herr Deppert, wir haben bislang immer über andere Philosophen geredet. Was ist denn das Besondere eigentlich an Ihrer eigenen Philosophie? Das ist eine durchaus sehr schwierige Frage für mich, denn das eigene, ja was ist denn das? Das ist ja auch etwas, was ich nicht selber gemacht habe, sondern in mir vorfinde. Und da ist es tatsächlich so, dass ich in mir etwas vorgefunden habe und dann nur noch bezeichnet habe. Dass ich gemerkt habe, dass ich in besonderen Situationen mich fröhlich oder besser fühle. Und was könnten das für Situationen sein, habe ich dann überlegt. Und dann hat sich herausgestellt, das kann man ganz allgemein bezeichnen, das sind Situationen, in denen ich ein Gespür in mir bemerke, für Zusammenhänge, die ich vorher noch nicht so gefühlte Gesenken hatte. Und dann habe ich das einfach Zusammenhangserlebnisse genannt. Und das scheint sich sehr, sehr gut anwenden zu lassen auf das ganze Leben. Einerseits, ob ich als Wissenschaftler tätig bin oder im Zusammenleben mit anderen Menschen, wenn ich spüre, dass ich mich mit jemandem verstehe, dann sind das natürlich Zusammenhangserlebnisse und das ist stets mit einem kleinen Glücksgefühl vielleicht sogar verbunden. Das Allerhöchste, was wir da überleben können, das ist wohl sogar die Liebe. Das ist das stärkste Zusammenhangserlebnis, was wir überhaupt haben können. Ja, und das ist das Glück an sich selber. Und wenn man sich dann fragt, wenn das so ist, dass Zusammenhangserlebnisse immer meine Gefühlslage positiv verändern, könnte ich es nicht irgendwie ansteuern, bewusst bewirken, dass ich Zusammenhangserlebnisse bekomme. Und bei dieser Frage wird es dann ja eigentlich sogar unmöglich, sie zu beantworten, denn man braucht ja wieder Zusammenhangserlebnisse, um auf die Spur zu kommen. Und wie soll ich sie denn machen? Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass in uns selber etwas wirksam ist, was wir dann ganz schlicht als das Zusammenhangstiftende bezeichnen können. Es gibt also in der Welt, in mir und in allem, was ist, ein Zusammenhangstiftendes. Wenn ich diesen Löffel hier nehme, dann hängt das offenbar alles zusammen. Ja, ich weiß nicht, aber es hängt zusammen. Und diese auch, ja, und überall. Und es gibt in der Welt etwas Zusammenhangstiftendes und auch in mir. Bloß das Eigenwillige ist daran, dass alle diese Zusammenhänge immer von besonderer Art ist. So wie es nicht einmal zwei gleiche Schneeflocken gibt. Die sind alle verschieden. Die Menschen sind verschieden und jede Blume ist verschieden. Wenn wir mal hier in was genau hingucken. Dieses Zusammenhangstiftende ist zugleich, dass, man könnte beinahe sagen, das Subjektivistische, was alles, was ist, eine Besonderheit schafft. Und wenn man dann noch ein klein bisschen tiefer nachdenkt über das, die Streitigkeiten, die die Religionen haben, dann kommt man doch schnell darauf, dass alle Religionen ja nichts weiter wollen, als versuchen herauszufinden oder mit Namen zu versehen, wer oder was die Zusammenhänge in der Welt schafft. Und dann könnten wir es schlicht das Göttliche nennen. Das Göttliche ist es, was die Zusammenhänge schafft, dazu brauchen wir aber keine Person. Aber wenn sich die Religionen darauf wenigstens einigen könnten, dass sie nur andere Namen haben für das Zusammenhangstiftende, dass das Wesentliche aber genau dieses ist, dass das Zusammenhangstiftende in uns immer wieder Zusammenhangserlebnisse produziert, welches unsere Gefühlstage positiv verändert und schließlich sogar das größte Glückserleben ermöglicht, die Liebe selbst. Ja, echt, vielen Dank.